Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AlpCasts. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr konntet glücklich und zufrieden und vor allen Dingen gesund in das neue Jahr, ins Jahr 2022 starten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe auch, ihr hattet eine schöne Neujahrsfeier. Die Frage ist natürlich immer, wie verhält man sich in solchen Zeiten eigentlich, wenn man was zu feiern hat, so konventionelle Feiern, die es ja eigentlich immer regelmäßig gibt, die jetzt nicht so wirklich immer einen individuellen Anlass haben, sondern einfach immer das gleiche sind im Prinzip. Ich persönlich bin ja nicht so, dass der Partytiger, was so immer gleiche wiederkehrende Veranstaltungen betrifft, ich feiere lieber die Feste, wie sie fallen, aber nur dann, wenn es auch etwas ist, was mir viel bedeutet. Silvester gehört da meiner Meinung nach nicht dazu. Ich verstehe es natürlich voll, wenn das für viele dazugehört, aber sich das schöne Bergfeuerwerk in Innsbruck anschauen oder so, das ist natürlich auch immer ganz nett. Das Jahr 2022 ist angebrochen und wenn wir über diese Zahl mal nachdenken, 2022, das klingt doch irgendwie fast schon wie Science Fiction. Ich meine 2022. Ich persönlich habe ja immer noch das Gefühl, es ist das Jahr 2010 und nächstes Jahr wird dann endlich 2011 sein und dann übernächstes Jahr, 2012, geht ja bekanntermaßen die Welt unter. Insofern ist eh alles wurscht, aber Tatsache ist, wir leben immer noch. Das ist das Überraschende eigentlich. Wenn wir jetzt mal etwas ernster werden, dann kann man doch sagen, 2022 heißt eigentlich, dass wir schon sehr, sehr lange auf dieser Welt sind als Menschen, wenn wir alleine uns die Zeitrechnung anschauen, 2000 Jahre. Und da reden wir nur von den christlichen, messbaren Variablen des Jahres und gar nicht davon, wie lange es uns Menschen eigentlich schon gibt. Und man muss sich aber auch vorstellen, allein die letzten 2000 Jahre, wenn wir sie jetzt als entwicklungstechnisch die relevantesten betrachten würden, worüber man sich natürlich streiten kann, da muss man schon sagen, da ist richtig, richtig viel passiert. Also in den letzten 2000 Jahren, wenn man sich das überlegt, vor 2000 Jahren gab es noch nicht mal Klos. Also ganz, ganz plakativ formuliert natürlich. Aber wie weit wir uns entwickelt haben in den letzten 2000 Jahren als Menschen, wie weit wir uns davor entwickelt haben, das ist natürlich ziemlich beeindruckend, wenn man mal länger darüber nachdenkt. Und ich finde, dafür sind diese Jahreswenden doch immer ganz cool, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich das letzte Jahr so Neues passiert? Was ist denn so, was sind denn so die Entwicklungen in den letzten Jahren gewesen, vielleicht im letzten Jahr? Es gibt ja immer so relativ große Sprünge manchmal, wenn wir über die Etablierung des Internets oder die Etablierung von LTE-Internet, wenn wir darüber mal nachdenken, immer wieder denke ich mir das, so vor 10 Jahren, wisst ihr doch, wie lange man darauf gewartet hat, dass eine Internetseite am Handy geladen hat, so unter Edge-Zeiten? Ich meine, liebe Grüße nach Deutschland, wo das immer noch der Fall ist, aber so, wenn man darüber nachdenkt, in digital entwickelten Ländern, wie schnell das schon geht, okay, das war jetzt vielleicht ein etwas gemeiner Seitenhieb, aber gut, fairerweise muss man sagen, die Entwicklungen sind nicht in allen Gebieten so rasant und die Entwicklungen sind nicht in allen Gebieten auch so gewünscht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen und das kann man sich am Bergsport ja super anschauen und genau darüber möchte ich heute mit euch reden, genau darüber möchte ich heute meine Gedanken so ein bisschen mit euch teilen. Reden wir über Kommunikation, reden wir über das Thema, können Sie mich hören? Das ist der Titel der heutigen Episode, die Frage ist, was steckt dahinter? Naja klar, die Kommunikation. Wir sind ja kommunikative Wesen, ganz grundsätzlich. Wir wollen immer eigentlich uns mit Menschen austauschen, Wir wollen uns über das, was wir erleben, austauschen. Im Prinzip mache ich hier nichts anderes als Kommunikation. Ich betreibe diese Kommunikation, weil ich der Meinung bin, dass viele Leute vielleicht etwas hoffentlich daraus mitnehmen können, aus dem, was ich mir über den Bergsport zu überlege, was ich mir da für Gedanken mache, vielleicht ein paar interessante neue Fakten einwerfe, von denen andere Menschen noch nichts gewusst haben und so weiter. Vielleicht nutze ich das auch als Mittel der Selbstreflexion, aber das alles ist irgendwo mittelbar und unmittelbar. Kommunikation mit euch, mit mir selbst natürlich auch. Und genau diese Kommunikation, die ist es doch eigentlich, die am Berg oder im Bergsport generell so einen ganz neuen Touch kriegt, so eine ganz neue Richtung kriegt. Wir sind als kommunikative Wesen auf der Welt unterwegs und wenn wir in andere Sportarten schauen, wenn wir kurz mal den Bergsport auch als Sportart betrachten oder das Bergsteigen als Sportart betrachten, dann sind wir in der Kommunikation eigentlich immer sehr offen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche kommunikative Mittel in sehr vielen unterschiedlichen Sportarten, beispielsweise Fußball oder American Football. Da wird sehr viel herumgeschrien. Die Protagonisten, die Athleten, die Sportler, die schreien sich gegenseitig an. Da geht es sehr hitzig zu manchmal. Da gibt es nicht viel Freundlichkeiten. Ich meine natürlich, manchmal natürlich schon, aber grundsätzlich innerhalb dieses Gefechts, innerhalb der Wettkampf-Situation, innerhalb dieser angespannten Situation, da ist man meistens eher angespannt. Da fallen nicht die nettesten Worte. Andererseits gibt es Sportarten, wo Kommunikation sehr stark in den Hintergrund rückt, beispielsweise beim Tennis. Die verbale Kommunikation zwischen den zwei Tennisspielern, die findet gar nicht so richtig statt. Also da gibt es keine klare Kommunikation. Es gibt höchstens mal Gesten und so weiter. Aber so richtigen Smalltalk oder so findet, oder auch Trashtalk findet man da ja eigentlich eher nicht. Aber man sieht, jede Sportart hat so ihre eigenen, kommunikativen, üblichen Vorgehensweisen oder ja, Verhaltensweisen, die man einfach so kennt, die sich wahrscheinlich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so entwickelt haben. Und beim Bergsport ist das nicht ganz so, denn wir haben es ja hier mit so einer komischen Hybridform zwischen Sport und Erholung zu tun. Auf der einen Seite natürlich der erholsame Aspekt des Wanderns, des In-die-Natur-Gehens, dieses Zwanglose und aber auch dieses Ziellose manchmal vielleicht auch, dass man nicht weiß, wie weit geht man. Auch diese Option zu haben, man dreht einfach um, wenn man nicht mehr möchte oder wenn man nicht mehr kann, wenn es einem zu gefährlich wird oder wenn das Wetter schlecht wird und so weiter. Dass diese Option, dass man sich nicht in eine Wettkampfsituation begibt, all das unterscheidet ja normale Sportarten vom Bergsport. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das Interessante aber an dem Ganzen ist ja eigentlich, dass wir als Nichtsportler auch eine sehr alltägliche Kommunikation in unser Vorgehen reinwerfen können. Wir können ja sagen, wir unterhalten uns genauso wie, weiß ich nicht, im Kaffeehaus oder am Arbeitsplatz mit unseren Kollegen, Freunden, wie auch immer. Das alles können wir einfach so mitnehmen, denn Erholung ist Alltag und Alltag, das bindet auch alltägliche Gespräche mit in diesen Rahmen ein. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich diese sportliche Komponente. Es gibt die Tatsache, dass wir natürlich angestrengt sind im Bergsport. Wir sind vielleicht jetzt nicht unbedingt leistungsorientiert, aber trotzdem, wenn wir aufsteigen, dann hat man vielleicht nicht auch immer die Luft zum Reden und so weiter. Und da ergeben sich ganz, ganz eigene kommunikative Möglichkeiten und Mittel, die jeder Mensch so für sich selber wählt. Es gibt Menschen, die wollen zum Beispiel gar nicht sprechen, wenn man mit ihnen auf die Berge geht. Das ist vollkommen verständlich. Die wollen sich mehr in sich kehren. Die wollen mehr sich selbst etwas intensiver wahrnehmen können, weil das vielleicht im Alltag nicht so eine Option ist beispielsweise. All das gibt es. Es gibt auch Leute, die wollen sehr viel plaudern. Da gibt es Menschen, die reden wie ein Wasserfall am Berg, weil da können sie erst mal über Dinge reden, über die sie im Alltag vielleicht nicht so reden können und so weiter. Da wird man manchmal als Wanderer, als Wanderkollege auch schnell mal zum Psychotherapeuten. Es ist sehr individuell. Es ist sehr unterschiedlich. Und wenn wir jetzt einen Bogen spannen in die Welt der Kommunikation an Orten, an denen es einfach keine guten Möglichkeiten oder keine technischen Möglichkeiten gibt, miteinander solide zu kommunizieren, dann sollten wir ganz neu über Kommunikation im Bergsport nachdenken. Wenn es nicht mehr darum geht, rede ich mit meinem Kollegen, mit meiner Kollegin, rede ich mit mir selber oder wie auch immer oder rede ich gar nichts, sondern wenn wir darüber reden, dass Kommunikation ja auch ein Mittel der Sicherheit ist, ein Mittel der Absicherung, ein Mittel der Verständigung ist, dann müssen wir das ganz, ganz neu denken und müssen uns darüber Gedanken machen, wo Kommunikation im Bergsport eigentlich noch sinnvoll ist und wo es maßgeblich den Umgang mit Gefahren, den Umgang mit Risiken und den Umgang mit den eigenen Vorhaben, mit den eigenen Unternehmungen verändern kann. Und er kann, also Kommunikation kann das alles definitiv maßgeblich beeinflussen. Wenn wir darüber nachdenken, dass es schon vor vielen Jahrzehnten den ersten Telefonanruf am Gipfel des Mount Everest gab, dann kann man davon ausgehen, dass das heute immer noch möglich sein wird. Und ja, in der Tat, es gibt heute selbst Livestreams vom Gipfel des Mount Everest in Full HD. Also da sind Bandbreiten möglich, die wir uns vor einigen Jahren oder vor einigen Tagen in der Eifel nicht vorstellen hätten können. Insofern ist das schon wahnsinnig beeindruckend, was die Technologie hier gemacht hat. Aber, und das finde ich, das sollte man jetzt hier mal ganz neutral einwerfen, das darf jeder für sich selber beurteilen, die Kommunikation wird dadurch natürlich sehr direkt und immer und überall verfügbar sein. Denn wenn wir, um das ganz plakativ auszudrücken, selbst am Gipfel des Mount Everest erreichbar sind, dann ist die Abgeschiedenheit in der Natur natürlich nur noch eine konstruierte, vielleicht auch eine gar nicht mehr vorhandene. Denken wir zum Beispiel darüber nach, dass man sich, wenn man keinen Empfang hat, automatisch irgendwie etwas, naja, vielleicht nicht unbedingt einsamer, aber definitiv etwas auf sich allein gestellter fühlt. Das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie keinen Empfang hat, wenn man kein Telefon dabei hat beispielsweise. Muss ja nicht unbedingt da empfangen sein. Kann ja auch sein, dass man sein Telefon bewusst zu Hause lässt oder vergessen hat oder verloren hat oder was auch immer. Dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen abgeschnitten von der restlichen Kommunikation. Selbst wenn das rein die Möglichkeit betrifft, dass wir miteinander kommunizieren. In der Regel wollen wir diese Handy-Kommunikation ja zum Beispiel in den Bergen gar nicht. Also wir brauchen sie ja eigentlich gar nicht. Man lernt oder ich lehre unter Anführungszeichen sehr gerne. Nehmt immer euer Telefon mit, denn ihr braucht es im Notfall, um die Bergrettung zu alarmieren, um Leute zu alarmieren, um Leute zu informieren, wo seid ihr gerade. Ich werde erst etwas später nach Hause kommen. Habe ich schon tausendmal machen müssen, dass ich irgendwo sage, du, es wird etwas später. Mach dir keine Sorgen, alles in Ordnung. Aber auf der anderen Seite auch schon mal die Bergrettung rufen musste und so weiter. All das ist, dafür ist das Telefon perfekt. Wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig. So, jetzt nehmen wir das alle mit und plötzlich entwickeln sich die technischen Möglichkeiten rundherum immer weiter, sodass wir jetzt nicht nur einfach unser Telefon dabei haben und im Notfall die Bergrettung, die Rettung oder sonst was rufen können. Nein, jetzt können wir sogar schon per WhatsApp Bilder schicken, die sofort hochgeladen sind und sich das Gegenüber zu Hause oder im Tal unten direkt anschauen kann. Wir können Livestreams machen, wir können Musik streamen und die quasi in unseren Ohren per Kopfhörer direkt hören. Wir müssen sie nicht mehr offline herunterladen, wir können sie einfach direkt hören. Und das geht fast überall. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend, also fast überall in den Bergen. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, was hier in den Zentralalpen, aber eben auch tatsächlich an den wirklich abgeschiedenen Orten in Nepal schon möglich ist. Wir können telefonieren, wir können SMS schreiben, wir können WhatsApp, also Internet-Telefonie und Internet-Nachrichten-Services funktionieren perfekt. Bilder verschicken funktioniert perfekt. Livestreams zu streamen, zu senden, zu erstellen und das in hoher Qualität. All das funktioniert heute schon. Aber ihr seht, worauf das hinausläuft. Wir tun, selbst wenn wir, nur weil wir die Möglichkeit dabei haben, wir tun schon plötzlich viel, viel mehr in der Natur mit den technischen Möglichkeiten, als wir vor 5 oder 10 oder 15 Jahren getan haben, obwohl wir es eigentlich gar nicht bräuchten. Man könnte jetzt einfach sagen, wir waren doch vor 5 Jahren genauso sicher und unsicher, einfach nur mit unserem Telefon, das gerade so Notrufe absenden konnte, genauso sicher und unsicher unterwegs wie heute. Alle Möglichkeiten, die wir dazu gewonnen haben, die sind doch rein spielerischer Natur. Wir gewinnen dadurch jetzt nicht maximale Sicherheit. Also im Notfall rufe ich immer noch jemanden an und schicke dem keine WhatsApp-Nachricht oder irgendeine Sprachnachricht oder schicke ihm ein Bild. Im Notfall rufe ich an. Diese wahnsinnig simplen Mittel, die vor Ewigkeiten erfunden wurden, die sind ja heute immer noch der Standard. Jetzt sollte man aber vielleicht sich auch fragen, wohin führen diese Spielereien eigentlich, wenn wir zum Beispiel mal an das Höhenbergsteigen denken. Wir müssen gar nicht so weit gehen und sagen, wir gehen jetzt auf den Mount Everest damit, mit diesem kleinen Gedankenexperiment, sondern wie wäre es, wenn wir einfach nur irgendwo auf 6.000, 7.000 Metern, auf abgeschiedenen, vielleicht auch unbekannten Bergen in Pakistan oder in Kirgistan unterwegs sind. Berge, die kein Mensch kennt. Da gibt es auch tatsächlich keinen Empfang oder zumindest nur sehr, sehr selten. Jetzt müssen wir uns fragen, wie viel Sicherheit haben wir eigentlich durch unsere neue, abgeschiedene Situation, die wir ja aus den Alpen überhaupt nicht mehr kennen, verloren? Spannend ist das deshalb, weil die technischen Entwicklungen in die Richtung gehen, möglichst unterstützend zu sein. Support sollte sozusagen das wichtigste Mittel der technischen Kommunikation beim Bergsteigen sein. Es soll irgendwie unterstützend wirken. Und das soll immer weiter ausgebaut werden. Das Ziel ist es, dass man immer mehr, immer weiter in den tiefen Tälern, in den nicht erschlossenen Tälern auch nicht nur telefonieren kann, sondern auch streamen kann beispielsweise. Und die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, inwiefern entwerten solche Entwicklungen eigentlich das Erlebnis des Bergsteigens? Und ist es überhaupt wirklich eine tatsächliche Möglichkeit, dass wir uns selbst wieder künstlich beschneiden in unseren technischen Möglichkeiten? Denn gehen wir auf diesen ganz ursprünglichen Trieb des Überlebens hin. Wir Menschen sind darauf geeicht, immer alles zu tun, was wir können, um zu überleben. Das ist vollkommen normal und das ist evolutionär betrachtet wahnsinnig intelligent. Die Sache ist aber, dass wir, wenn wir diese technischen Möglichkeiten der Kommunikation erhalten, natürlich auch diese nutzen wollen, denn sie sichern uns objektiv betrachtet natürlich eher das Überleben ab, als wenn wir sie nicht haben. Es wäre ja fast unlogisch, diese Optionen nicht zu wählen. Wie kann man nun jemandem also vorwerfen, dass er mit GPS und Rescue System und einem Knopf, auf den er nur draufdrucken muss und die GPS-Daten werden sofort zur Bergrettung geschickt und Satellitentelefon und so weiter. Wie kann man dieser Person eigentlich vorwerfen, dass sie einfach nicht abenteuerlich handelt, wenn sie in Wirklichkeit nur das tut, was uns Menschen in die Wiege gelegt wurde, nämlich alles zu tun, um zu überleben. Das Problem, und das ist, hier wird es auf der einen Seite philosophisch, auf der anderen Seite, aber auch wichtig für unser eigenes Vorgehen in den Bergen. Das Problem ist, wo endet diese Frage? Wir beschneiden uns in der Sicherheit ja sowieso immer selber, wenn wir in die Berge gehen. Denn wenn wir uns nicht beschneiden wollen würden, dann müssten wir einfach nur im Tal bleiben oder mit dem Helikopter hochfliegen oder mit der Seilbahn hochfahren. All das sind deutlich sicherere Optionen, um auf den Berg zu kommen. Da wir das aber nicht tun, nehmen wir eine gewisse Erhöhung des Risikos und eine Verminderung der deutlichen Sicherheit in Kauf, um ein neues Erlebnis zu gewinnen. Beim technischen Fortschritt, bei der Kommunikation, ist das Ganze ganz anders. Hier ist die Toleranz für das Weglassen von Mitteln ganz, 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 ganz gering. Deswegen, diese Überlegung, die wirkt fast fatal, dass man sagt, ich nehme heute mein Handy zwar mit, aber ich schalte es ab und ich tue es in den Rucksack und ich schalte meine mobilen Daten aus und ich werde sie auch nicht anschalten. Ich werde keine Musik streamen, ich werde keine Musik hören, während ich raufgehe, sondern ich habe nur das technische Mittel für den Notfall und sonst habe ich nichts. Wenn man das heute jungen Leuten erzählt, die anfangen mit dem Bergsport oder die man erstmals mitnimmt in die Berge, um ihnen ein bisschen was zu zeigen, da wird man angesehen, als hätte man ihnen gerade den Dschihad erklärt. Das wirkt fast schon vollkommen absurd, so eine Überlegung. Und da muss man jetzt aber echt sagen, wir sind schon komische Wesen, oder? Wir sagen auf der einen Seite, ja, wir beschneiden uns in unserer eigenen Sicherheit und in unseren eigenen technischen Mitteln, um ein neues Erlebnis zu gewinnen, aber auf das Smartphone, ne, auf das können wir doch nicht verzichten. Der ganze Komfort, die ganzen Späße, die wir damit treiben können, die Fotos für Instagram, das muss ja, das ist ja gar keine Option, das ist ja, das muss ja. Also, das ist schon wahnsinnig spannend zu beobachten und das ist jetzt nicht nur etwas, was man bei Einzelfällen sieht, sondern das ist eine ganz übliche Entwicklung. Und übrigens auch die älteren Generationen haben sich an diesen neuen technischen Komfort ja schon längst gewöhnt. Also, es gibt auch keine 50-Plus-Bergsteiger, die, oder kaum 50-Plus-Bergsteiger, die einfach mal schnell ohne ihr Smartphone unterwegs sind, die nicht einfach immer wieder mal aufs Handy schauen. Und diese Technifizierung, wenn man das so nennen mag, des Alpinismus und des Bergsports per se, die macht schon was mit uns. Wir sehen es ja, weil wir können das Handy nicht einfach ausschalten und den Rucksack tun und es ist egal, es ist vergessen. Es ist nur für den Notfall da. Das ist gar nicht mehr, diese Überlegung besteht gar nicht mehr. Und früher, sagte man, also in den 90er Jahren, da war die Rede davon, dass man als einsamer Bergsteiger am besten trainieren kann, denn wenn man Höhenbergsteiger werden möchte oder werden wollte, vielleicht eventuell, dann konnte man das am besten trainieren, indem man sein Handy einfach abschaltet oder gar nicht erst hatte und alleine bergsteigen geht. Denn diese Einsamkeit, die ist es, mit der man sich auseinandersetzen muss und die fehlende technische Infrastruktur, ist es, was beim Höhenbergsteigen eine sehr, sehr große Herausforderung und gleichzeitig eine sehr große Gefahr birgt. All das waren übliche Worte, wenn es um das Training fürs Höhenbergsteigen ging. Selbst das müssen wir heute nicht mehr tun. Selbst das können wir uns heute restlos sparen, denn wozu denn? Wir können am Mount Everest einen Livestream starten. Wir können auch im Mount Everest Basecamp einen Stream starten. Und das geht übrigens nicht nur, weil am Mount Everest so viel Betrieb ist und weil die Infrastruktur so stark ist. Nein, das geht am K2 auch. Auch am K2 kann man im Camp 2 Bilder auf Instagram in bester Auflösung sofort posten. Da muss man keine Stunde oder zwei warten, bis das Bild hochgeladen ist. Nein, zack, das geht. LTE. Das ist absurd. Und man kann sagen, das ist vollkommen absurd. Aber viele Leute werden mir jetzt hier widersprechen und sagen, nein, das ist eben so, wie technische Entwicklung funktioniert. Also ein Christian Lindner würde uns jetzt wahrscheinlich erklären, dass das gut ist, weil das ist technischer Fortschritt und technische Fortschrift hilft immer bei allem und ist sowieso immer das Beste, was man tun kann. Gut, ich bin nicht der Meinung, ich bin der Meinung, dass technischer Fortschritt mit Bedacht im Bergsport eingesetzt werden sollte, denn wir reden hier und das ist wichtig, um jetzt quasi auch wieder den Bogen zum Anfang zu finden, wir reden hier nicht von typischem Sport, leistungsorientiertem Sport. Wir haben es hier immer noch mit Erholung und Natur und Auseinandersetzung mit Natur und Abenteuer zu tun. Klar, beim Höhenbergsteigen, fällt der Faktor der Erholung weg, der Faktor der Auseinandersetzung mit der Natur und dem Abenteuer wird dafür größer. Der sportliche Aspekt findet beim Höhenbergsteigen ja gar nicht statt. Der sportliche Aspekt beim Bergsteigen, der findet in der Vorbereitung und im Training für Berge statt. Und jetzt sollte sich jeder von euch die Frage stellen und ich möchte das, ich habe da jetzt, ich bin da jetzt nicht, ich möchte euch da jetzt nicht in irgendeine Richtung lenken, deswegen formuliere ich das als offene Frage und ihr könnt da gerne eure Meinung dazu mir schreiben oder auch in die Kommentare schreiben. Was hat das technische, der technische infrastrukturelle Fortschritt wie 4G auf Expeditionen und Co mit dem Aspekt des Abenteuers zu tun? Inwiefern kann die Entwicklung von technischer Infrastruktur das Abenteuer in den Bergen verbessern? So, das ist die offene Frage, die ich euch stelle, wenn ihr dazu eine Meinung habt, ob es das kann oder ob es das nicht kann und wenn ja und wenn nein, warum? Das würde mich sehr interessieren. Meine persönliche Ansicht, die kommt jetzt, also falls ihr euch unvoreingenommen mit dem Thema beschäftigen wollt und eine Antwort schreiben wollt, dann müsstet ihr jetzt kurz mal pausieren. Meine Ansicht ist, ich glaube, dass technischer Fortschritt und Abenteuer nur dann miteinander vereinbar sind, wenn technischer Fortschritt, die technische Weiterentwicklung der Infrastruktur beispielsweise dazu führen kann, dass wir neue Abenteuer entdecken können, die wir zuvor aufgrund fehlender Infrastruktur nicht in Kauf nehmen konnten, nicht probieren konnten, nicht probieren wollten, weil das Risiko beispielsweise zu hoch war und so weiter. Ich denke da zum Beispiel an die Polarexpedition, Südpol. Umso weiter die Technologie der Schiffbau beispielsweise, aber auch die Verarbeitung von Plastik zu Zelten und so weiter verbessert wurde, umso sicherer wurde eine Expedition zum Südpol. Auch heute, die Südpol-Expeditionen heute sind unfassbar sicher aufgrund der Materialien, die wir haben. Das ist technischer Fortschritt. Der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass wir das Abenteuer des Südpols so erleben konnten. Hätten wir keine Schiffe, wenn wir jetzt in die Vergangenheit vor 200 Jahren schauen, vor 300 Jahren, vor 400 Jahren, hätten wir keine Schiffe und keine Werften, dann hätten wir den Südpol bis heute nie entdeckt. Das bedeutet, dass das Schiff eine sinnvolle Innovation war, die natürlich nicht für den Südpol gedacht war, aber die unter Anführungszeichen missbraucht wurde oder gebraucht wurde, um den Südpol zu entdecken und das war wertvoll, das war wahnsinnig wichtig und das war ein sehr, sehr großes Abenteuer. Ohne diese Innovation des Schiffes hätte es dieses Abenteuer des Südpols nie gegeben. Und jetzt meine Frage, was für ein Abenteuer ermöglicht diese neue technische Innovation, dass wir am K2 ein 4K-Livestream im Basecamp veranstalten können? Was verändert das? Meiner Meinung nach verändert das überhaupt nichts. In Wirklichkeit beschneidet es das Abenteuer. Es erhöht die Sicherheit, aber auf der anderen Seite sind wir nie allein. Niemals. Es gibt keine Sekunde, in der wir nicht in der Lage sind, uns zu tracken oder uns tracken zu lassen. Schauen wir uns beispielsweise von Garmin die Fenix 6X Pro an. Die hat eine Funktion, die heißt Expeditionsfunktion. Es gibt also mittlerweile Uhren, die nur selbst in ihrem Funktionsumfang darauf ausgelegt sind, möglichst lange zu halten und möglichst lange ein exaktes GPS-Tracking zu ermöglichen. Wir sind also in einer Zeit, in der auch die Industrie erkannt hat, dass wir möglichst lange und möglichst exakt alles verfolgen können, wollen. Die Frage ist jetzt nur, ob es das unsere Abenteuer beeinflusst. Und hier bin ich der Meinung, ja, auf jeden Fall. Die technische Innovation in der Kommunikation wird unser Abenteuer beschneiden, aber nicht unbedingt unsere Sicherheit so maßgeblich erhöhen. Dass wir überall zu jeder Zeit einen Notruf absetzen können, ist wichtig und gut und ist wahrscheinlich eine klare Verbesserung zum System, das man noch in den 90er Jahren verwendet hat, nämlich das Satellitentelefon. Auch heute hat das Satellitentelefon, zum Beispiel Garmin in Reach und Co., immer noch einen großen Stellenwert. Auch in meinem eigenen Tun ist das Garmin in Reach immer noch deutlich, ich sag jetzt mal, verlässlicher als ein Smartphone. Aber trotzdem ist das Smartphone schon sehr, sehr nahe dran. Was glaubt ihr, warum Satellitentechnologien und Satellitentelefonie beispielsweise immer günstiger wurde über die letzten Jahrzehnte? Ist das eine große Verbesserung zu früher? Natürlich. Die Sicherheit wurde immens dadurch verbessert. Satellitentelefone haben 1000, 1500, 2000 Euro früher gekostet. Insofern, auf jeden Fall ist das erschwinglicher geworden und dadurch ist es besser geworden, weil Smartphones kosten keine 2000 Euro. Also insofern, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber jedes Plus an Sicherheit verringert das Abenteuer. Das sage ich nicht im Sinne von schafft all die Sicherheit ab, nehmt jedem sein Kletterseil weg. Das will ich nicht damit sagen. Aber es ist einfach Fakt. Man muss sich einfach nur mit diesem Fakt auseinandersetzen und selbst für sich entscheiden, wie viel Kommunikation tut mir in den Bergen eigentlich gut. Und wenn wir jetzt vom Hörnbergsteigen wieder zurück in unsere Breitengrade kommen, in die Alpen, zum Wandern beispielsweise, dann sieht man, dass die Managerkrankheit, dieses Always-on, dieses, wir müssen immer connected sein, jede Mail muss sofort ankommen und natürlich auch sofort gelesen werden. Wenn wir diese Managerkrankheit jetzt mitnehmen in die Berge, wozu gehen die Manager dann noch in die Berge? Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft beobachte, dass Leute, die mit dem Wandern anfangen oder auch mit dem Bergsteigen oder im Hochtourenkurs sitzen oder so, die sitzen dann oftmals da und sagen, sie fangen mit dem Bergsport an oder sie fingen mit dem Bergsport an, weil sie sich erholen wollen vom Alltagsstress und sie wollen quasi mal abschalten und so weiter und dann hängen sie nonstop am Handy, weil die können ja nicht abschalten. Was? Früher, früher hattest du keine Wahl als abzuschalten. Du hattest kein Netz. Was hättest du auf deinem Telefon tun sollen, außer Snake spielen? Aber heute hast du die Option. Heute sagt dir dein Telefon, hey, möchtest du nicht doch die Bild-Zeitung am Handy weiterlesen, auch auf 3500 Metern auf einer Hütte? Hier könnte ich es dir anbieten. Und das Problem ist, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und wenn wir uns nicht dazu zwingen oder nicht dazu zwingen lassen oder zwingen können, auch einfach in unserem Trott drinbleiben und dann, ja, dann lesen wir halt auch Bild-Zeitung auf 3500 Metern, weil wir kriegen die Möglichkeit. Und es braucht schon einen verdammt starken Willen, dann zu sagen, oh, LTE-Empfang, egal, ich lasse mein Handy abgeschalten, im Rucksack hinten, ich merke das vielleicht gar nicht, wenn mein Empfang so super wäre. Die Steigerung der technischen Möglichkeiten, ist eine super Sache, um im Zweifelsfall mehr Spielraum für eine Rettung beispielsweise zu haben oder einfach, ganz plump gesagt, um die Sicherheit zu erhöhen. Jedoch bedarf es einer extrem hohen Selbstdisziplin, um, während der eigenen Abenteuer, mögen sie noch so klein sein, eben diese zusätzlichen Optionen nicht dafür zu nutzen, das Abenteuer selbst in sich geschlossen zu beschneiden. Denn das ist wohl eine der größten Gefahren, der wir uns im Jahr 2022 und in den weiteren Jahren stellen müssen. Natürlich ist das keine Gesetzgebung, natürlich ist das jetzt keine, keine Vorgabe von mir zu sagen, lasst euer Handy doch am Berg in Ruhe, verzichtet doch auf das Plus an Kommunikation, scheißt doch mal drauf, dass euch irgendjemand ständig Mails schreibt und SMSen schreibt. Denkt doch einfach mal nicht dran, dass ihr ständig sofort antworten müsst. Auch in den Pausen nicht, auch wenn ihr Pause macht, nicht einfach aufs Handy schauen und schauen, ob es was Neues gibt. Das ist die Krankheit, vor der sich die meisten Leute im Gebirge eigentlich erholen wollen und dann nehmen sie das Ganze aber einfach mit in die Berge. Und ich werfe das niemandem vor in Form von Dummheit, sondern das ist einfach die Gewohnheit, die wir haben und uns fällt das in Wirklichkeit selber auch gar nicht mehr auf. Wir merken doch gar nicht, wenn wir in den Bergen unterwegs sind und ständig aufs Handy schauen. Denn wir sind ja mit der Prämisse gekommen, uns zu erholen, also gehen wir auch einfach davon aus, dass das Ganze von alleine passiert. Denn früher gab es diese Vorgabe. Du hattest nichts anderes in den Bergen zu tun, als zu gehen und dich zu erholen. Es gab ja nichts anderes. Was hättest du denn tun sollen? Manche haben dann noch die großen 5 Kilo Kameras mitgeschleppt, um schöne Fotos zu machen, aber das erforderte schon sehr viel Lebenswillen und gleichzeitig hatte das eben auch nichts mit Ablenkung oder sonstigem zu tun. Du konntest dir die Zeit nicht anders vertreiben. Aber heute ist das ganz anders. Heute streamen wir einfach, heute tauschen wir uns aus, heute schreiben wir WhatsApp-Nachrichten während dem Aufstieg, weil es einfach langweilig ist. Wir haben quasi vollkommen verlernt, wie das ist, einfach auf den Berg zu gehen, ohne irgendwas als Ablenkung oder als Unterhaltung nebenbei zu haben. Das ist wahnsinnig verrückt. Und das Schlimmste ist, ich möchte das nämlich hier jetzt nicht predigen. Und das beweise ich euch jetzt, indem ich sage, ich bin selbst genauso davon betroffen. Ich selber lebe mit dem Smartphone am Berg. Mittlerweile. Früher war das nicht so. Deswegen kann ich davon reden, weil das war vor 4, 5 Jahren war das eben nicht so. Ich bin heute verbunden mit dem Smartphone und wenn ich alleine unterwegs bin und Trainingstouren absolviere, dann habe ich Kopfhörer im Ohr. Weil halt langweilig. Aber das ist schrecklich in Wirklichkeit. Das ist eine unfassbare Katastrophe. Denn wozu haben wir denn angefangen, in die Berge zu gehen? Wozu haben wir denn angefangen, uns die ganze teure Ausrüstung zu kaufen? Weil uns nicht nur verkauft wurde, dass wir uns erholen wollen, sondern weil es ja tatsächlich möglich wäre. Aber wir selber sind sozusagen an unseren eigenen Ansprüchen der Erholung und gleichzeitig den Möglichkeiten der portablen Kommunikation namens Smartphone, haben wir uns quasi selber damit ausgespielt. Es ist vollkommen absurd eigentlich. Und diese Absurdität, über die sollten wir alle mal nachdenken. Ganz vorne weg, ich bin sehr, sehr selten am Handy am Berg. Aber das Frustrierendste ist, dass ich, wenn ich im Nachhinein über meine Bergtouren so nachdenke, wenn ich oben bin, zücke ich mein Smartphone. Klar, ich mache ein Foto, dafür ist das Smartphone auf jeden Fall gut geeignet. Aber gleichzeitig schaue ich, ob mir die Partnerin geschrieben hat, ob die vielleicht irgendwie eine Frage hat an mich, wann ich keimkomme oder sonst was. Und dann tippe ich das da und dann stehe ich am Gipfel mit meinem Handy in der Hand. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass man mich filmt, während ich da oben am Gipfel stehe und am Handy herum tippe. Weil dann würde ich selber sehr, sehr gut erkennen, wie unfassbar doof ich bin. Und vor allem, weil das sehe ich ja eben an den anderen Leuten, wie unfassbar doof auch alle anderen damit ausschauen. Also, wenn ich am Berg bin und nichts Besseres zu tun habe am Gipfel, als irgendwelche Nachrichten zu schreiben, dann sollten wir echt über einiges nachdenken. So, alle Betroffenen. Und alle Leute, die nicht betroffen sind, dürfen sich nicht zurücklehnen und sich jetzt als etwas Besseres fühlen. Denn alle, die es nicht betrifft, die sollten auf der Hut sein. Denn der technische Fortschritt holt jeden irgendwann mal ab. Man sieht das. Auch 50 plus, die seit 40 Jahren in die Berge gehen und in Wirklichkeit die letzten 40 Jahre überhaupt nichts damit zu tun hatten. Auch die hängen heute am Smartphone. Das ist einfach zu einer Entwicklung geworden, die man nur aufhalten kann, indem man sich bewusst dagegen entscheidet. Insofern, gegessen ist das auch für Leute, die sich jetzt als erhaben sehen und sagen, nein, mich betrifft das ja nicht. Ah, gegessen ist das nicht. Insofern passt auch darauf auf. Man muss das Smartphone nicht verteufeln. Man muss die Kommunikationsentwicklung ja auch nicht verteufeln. Alles, was in den letzten Jahren so passiert ist, das hat ja alles seine Vorzüge. Das wissen wir alles. Muss ich euch ja überhaupt nicht erklären. Aber es hat Nachteile und vor allen Dingen es verändert den Umgang mit dem Berg. Es verändert den Umgang mit dem Erlebnis und darüber sollte man sich im Klaren sein. Das sollte einem bewusst sein. Und vor allen Dingen sollte man daraus aber dann letztlich die richtigen Schlüsse ziehen. Ich persönlich werde auf meine nächste größere Höhenbergsteigerische Tour, die ist im, ich glaube im Mai oder im Juli, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Planung aktuell ausschaut, aber sagen wir mal im Juli, werde ich mein Smartphone nicht mal mitnehmen. Ich werde eine Kamera mitnehmen, ich werde ein Satellitentelefon mitnehmen, was Fantastiliaden pro Minute kostet, wenn man damit telefonieren will. Insofern, ich habe da kein großes Interesse daran, einfach mal ein paar Smalltalks zu führen über das Telefon. Insofern, ich werde mich ganz bewusst dagegen entscheiden, ein Smartphone mitzunehmen, denn ich werde mit diesem Smartphone da oben nichts Sinnvolles tun. Nichts. Ich werde damit nichts tun, was nicht meine Kamera und mein Satellitentelefon auch können, wenn es um die sinnvollen Anwendungszwecke geht. Alles andere, was ich auf meinem Smartphone machen könnte, ist scheiß. Und sonst nichts. Und genau davor möchte ich mich selber bewahren. Und das werde ich auch in Zukunft versuchen, immer mehr auszubauen, dass ich auch irgendwann wieder komplett ohne Smartphone unterwegs bin, vielleicht mit dem Satellitentelefon, weil wenn ich es schon mal habe und den Tarif bezahle, dann kann ich es ja auch woanders hin mitnehmen. Und dann einfach mal komplett offline unterwegs bin. Das ist so mein Ziel für 2022. Natürlich kann man auch sagen, ich habe das Smartphone dabei, aber in meinem Fall ist es egal, weil mit dem Satellitentelefon wird der Notfall theoretisch auch funktionieren. Der Notfall tritt ja in der Regel nicht so häufig ein. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch nur meine Herangehensweise, mein Gedanke. Was sagt ihr zum Thema Kommunikation in den Bergen? Kommunikation ist wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, wir haben es am Anfang ja besprochen, kommunikative Wesen sind wir allesamt. Insofern, wie viel Kommunikation ist euch am Berg wichtig. Was wollt ihr vielleicht im Jahr 2020, gerade wenn jetzt dann bald, hoffentlich irgendwann, vielleicht mal wieder Sommer und Frühling losgeht, obwohl der Winter noch gar nicht richtig angefangen hat, was wollt ihr da dieses Jahr so beherzigen? Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Rückmeldungen, auf eure E-Mails an kontakt.alpenacademy.at findet ihr auch alle Informationen dazu in der Podcast-Beschreibung. Es freut mich wie immer, wenn ihr auch den Podcast und nicht nur den Podcast, sondern auch den YouTube-Kanal, das ganze Projekt Alpenacademy finanziell unterstützt mit einem kleinen Kaffee. Das Ganze wird natürlich nur dafür verwendet, dass die Alpenacademy als ganzes Projekt so weiter existieren kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt noch eine wunderschöne Woche habt. Genießt das, ja, wechselhafte Wetter. Macht was draus. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bergheim.